Herzlich Willkommen bei AS24, eurem Partner für die Connectivity, für Multimedia im Fahrzeug. Heute speziell geht es um das Adaptieren eines neuen Autoradios mit den Tasten am Lenkrad, damit wieder alles richtig funktioniert. In diesem Video gehen wir konkret darauf ein, wie ich ein neues Nachrüstradio ins Fahrzeug installiere und dabei die ganzen Funktionen vom Lenkrad, also laut, leise, vor und zurück und vielleicht die ein oder andere Sonderfunktion mit so adaptieren kann, damit es mein neues Nachrüstradio auch wieder macht und dazu gibt es diese Lenkradfernbedienungsinterfaces, die immer so ausgeliefert werden, dass ein entsprechender Kabelkit für das entsprechende Fahrzeug mitgeliefert wird, damit diese Stecker im Fahrzeug passen, dieser wird dann jetzt erst mit dem Radio verbunden und jetzt haben wir unser Interface, wir lesen hier die Informationen vom Fahrzeug aus, wo die Lautstärke drauf ist, wo vor und zurück skippen kann und haben jetzt sozusagen in unserer Leitung hier den CAN-Bus ausgelesen oder die Informationskabel abgenommen, die diese Information führen und jetzt müssen wir aber das ganze noch zum Autoradio bringen mit unserem Ausgang, hier sind also die Signale jetzt drauf, die wir eigentlich brauchen aus unserem Fahrzeug und das können wir jetzt mit unserem neuen Multi-Lead, dieses Endstück ist also praktisch jetzt möglich so einzustellen, dass es für alle Autoradio Hersteller kombinierbar ist, also man braucht keine verschiedenen, sondern dieses eine macht alle. Wie man das genau macht, zeige ich euch gleich und die werden jetzt, dieses Interface, dieses letzte Stückchen wird noch mit dem Autoradio verbunden und wie genau welche Optionen es da gibt, das zeige ich euch jetzt auch. Im Lieferumfang liegt auch eine bildliche Erklärung dabei, wie man das ganze anwendet, zur Sicherheit nochmal in Papierform und wir gehen das jetzt zusammen durch, was wir alles für verschiedene Varianten am Autoradio haben, weil am Fahrzeug an sich gibt es nicht viel zu tun, da passt der Stecker drauf, das Interface wird angesteckt und wir haben jetzt hier mit unserem Multi-Lead ein bisschen was zu tun. Wir haben hier als Ausgang einmal ein einzelnes Kabel, wo drauf steht SWC wie Steering Wheel Control oder haben so einen Klinkenanschluss, also in dem Fall haben wir beides, weil es gibt Autoradios, die haben entweder so einen Drahtanschluss, wie zum Beispiel die ganzen Kenwood Geräte, da kommt nur ein einzelner Draht raus, wo dann auch drauf steht Remote Control oder Steering Wheel Control, sowas steht da mit dann drauf oder SWC und es ist in der Regel ein blau-gelbes Kabel, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die meisten Autoradios haben auch ein blau-weißes Kabel, das macht aber was anderes, die Antennensteuerung brauchen wir in dem Fall nicht, für die Lenkradvermittlung brauchen wir das blau-gelbe Kabel und wir dürfen das auch nicht verwechseln, weil sonst funktioniert es halt einfach nicht. Wenn wir also so ein Autoradio haben, wo nur so ein Draht raus kommt, dann brauchen wir noch einen kleinen Adapterstecker, den wir hier drauf machen, gibt es bei uns auch, das sind diese Quetschverbinder, wer sowas nicht daheim hat, kann ja was mitbestellen und den können wir jetzt hier drauf quetschen auf das Ende und können jetzt das grüne Kabel mit dem Gerät hier verbinden und lassen diesen Klinkenstecker ganz außen vor, den benötigen wir in dem Fall gar nicht, wenn wir ein Autoradio haben mit einem einzelnen Kabel. Kommt also bitte nicht auf die Idee und sagt, naja jetzt stecke ich den doch noch irgendwo ein, wo er halt gerade reinpasst, diese Autoradios haben auch fast alle mittlerweile einen Mikrofonklinkeneingang, das ist aber der falsche, das darf da nicht eingesteckt werden, der hat eine andere Funktion, in der Bedienungsanleitung steht ganz klar drin, welches Kabel oder welche Buchse für die Lenkradfernbedienung vorgesehen ist. Sollten wir ein Autoradio haben, das nicht so ein einzelnes Kabel hat, sondern sowas wie unser Alpine hier, mit einem Klinkenanschluss, also jetzt habe ich gerade eben auch die Fahrzeugverbindung hergestellt und wir haben jetzt hier kein einzelnes Kabel, wo drauf steht Steering Wheel Control, sondern wir haben ein Kabel, das heißt REM, also REM, so was wie Fernbedienen, da wird nämlich jetzt sowas hier eingesteckt, dieser Klinkenausgang und der hat dafür seinen Platz, verwechselt das bitte nicht mit irgendeinem AUX-In-Eingang vom Autoradio oder mit dem Mikrofonbuchsenstecker, wo eben eine andere Funktion hat, also steht ganz klar drauf, welche Buchse was macht und da steht in der Regel immer Remote Steering Wheel SWC oder W-R, das ist auch die Bezeichnung für Wheel Remote, also die Lenkradfernbedienung und wer sowas hat mit diesem Klinkenanschluss, da bleibt dieses grüne Kabel einfach unbeachtet, das legt man mit rein, kann es vielleicht nur isolieren, mit dran machen und fertig, mehr ist nicht notwendig. Jetzt sollte ja klar sein, welche Verbindung zum Fahrzeug gemacht wurde und welche Verbindung zum Autoradio gemacht wurde. Das einzige was wir jetzt noch machen müssen, ist diesem Multi-Lead, auch zu sagen mit welcher Marke an Autoradio wir eigentlich arbeiten und dazu gibt es diese Brücken und wir werden euch jetzt ganz detailliert zeigen, welche Brücke wie in diesen Stecker eingesteckt werden muss, um die Kombination so zu wählen, dass es für Alpine oder für Pioneer, für JVC oder Kenwood oder andere Marken passt, damit es richtig funktioniert und wir gehen jetzt Marke für Marke durch. Bei Alpine Autoradio ist es der Klinkenanschluss und nicht dieses Kabel, also dieses grüne Kabel bleibt unbeachtet bei Alpine. Bei dem Stecker müssen wir die blaue Verbindung hier unten an den zwei Pins rein machen, die werden dann reingesteckt, die klicken dann richtig ein und wir müssen die orange Verbindung hier rein machen, so und fest. Also so schaut das aus, wenn es mit Alpine arbeiten soll. Das grüne Brückenkabel brauchen wir in dem Fall nicht. Bei Clarion Autoradios wird der Klinkenanschluss benötigt und nicht dieses grüne Kabel, grün bitte einfach weglassen. Das muss jetzt so ausschauen. Bei JVC Autoradios ist es so, dass für Modelle bis 2010 der Klinkenstecker benutzt wird und für Modelle ab 2011 ist es dann so, dass dieser Draht aus dem Radio raus kommt, und also mit diesen grünen verbunden werden muss. Stecken tun wir in dem Fall ausschließlich die blaue Verbindung. So schaut es dann aus. Bei Kenwood Autoradios benutzen wir grundsätzlich immer nur das Kabel, der Klinkenanschluss wird nicht eingesteckt. Das ist dieses Remote Cont oder Steering Wheel Remote, je nachdem was auf diesem Kabel drauf steht. Stecken tun wir nur das orangene Kabel an folgender Position, das muss jetzt so ausschauen. Panasonic Autoradios benötigen ausschließlich dieses Kabel, keinen Klinkenanschluss und gesteckt wird bei Panasonic ein orangenes und die grüne Brücke. Das muss jetzt so ausschauen. Pioneer und Sony Radios haben ausschließlich einen Klinkenanschluss, das grüne Kabel bleibt unbeachtet. Gesteckt werden jetzt in dem Fall alle drei Brücken und so schaut es aus, wenn es für Sony oder für Pioneer gesteckt ist. Bei Zeneck Radios haben wir ausschließlich diese Kabelverbindung, keinen Klinkenanschluss und hier stecken wir unser blaues Kabel. So muss das ausschauen. Für alle die ein No Name Kina Radio haben, also Namen haben die schon alle irgendwie, aber ihr wisst was ich meine. Dafür gibt es dann ein spezielles Kina Lead, da müsst ihr dann auch das Multi Lead weglassen, was ja grundsätzlich in unserer Lenkradfernbedienung mit dabei liegt. Ihr kauft euch noch zusätzlich zu dem Interface, wo dieses Multi Lead dabei liegt, noch ein Kina Lead. Das hat die Artikelnummer 42 CT, Kina HU Lead, also wir blenden das nochmal ein und das hat nachher gleich die richtige Belegung. Und euer Kina Radio, das hat dann nachher die Anschlüsse für Masse, für Key 1 und für Key 2, also jeder der so ein Kina Radio hat, der weiß jetzt wahrscheinlich von was ich rede. Ihr braucht dieses Kina Lead. Unsere Lenkradfernbedienungsinterfaces beeinflussen nicht andere Lenkradfunktionen, die im Fahrzeug drin sind, so was wie Tempomat oder was auch immer an dem Lenkrad mit dran ist. Wir gehen ausschließlich auf die Funktionen drauf, die für die Autoradio Funktion vorgesehen ist. Für Fahrzeuge, die mit CANBUS ausgestattet sind, generiert auch unser Lenkradfernbedienungsinterface das Zündungsplus, sodass das Radio mit Zündung aus und mit Zündung angeht. Braucht ihr aber auch beim Anschließen gar nichts beachten, von wegen hier Multi Lead, das ist bereits schon alles vorgefertigt. Lenkradfernbedienung hier mit unserer Multi Lead Anweisung. Beim Anschließen des Interfaces achtet bitte darauf, dass grundsätzlich erst alles Richtung Radio angeschlossen ist und die letzte Aktion, die man macht, ist das Interface, unseren Anschluss vom Radio jetzt mit dem Fahrzeug Anschlussstecker zu verbinden. Solltet ihr diese Reihenfolge nicht eingehalten haben beim Anschließen und alles schnell schnell rein gemacht haben und es geht am Anfang nicht, dann habt ihr das zwar verkehrt gemacht, lässt sich aber leicht revidieren, indem ihr einfach die Zündung ausmacht, Schlüssel abzieht, 10 Sekunden wartet, Schlüssel wieder anmachen, Zündung anmachen und dann läuft auch das Interface wieder und für alle Fahrzeuge, die mit CANBUS ausgestattet ist und es im ersten Moment nicht funktioniert, dazu müsst ihr dann tatsächlich Schlüssel rumdrehen, Schlüssel abziehen, aussteigen, Autofahrzeug, das Fahrzeug zusperren, dann fährt der ganze CANBUS im Fahrzeug runter, ihr wartet 10 Minuten und dann steigt er erst wieder ein, also aufmachen, Zündung an, dann läuft das ganze Ding. Das ist der ganze Trick an der Sache, wenn ihr es aber gleich von Anfang an so macht, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, das letzte was ihr anschließt, ist dieser Zentralstecker am Fahrzeug, dann funktioniert doch alles ab sofort. Jetzt hoffe ich mal, es sind alle Fragen für euch beantwortet, sollte doch noch irgendwas übrig sein, wo ihr nicht euch sicher seid, was ihr machen sollt, dann ruft uns an auf der 08331 99 0300 oder schreibt uns auf unserer Webseite unter Kontakt eine Nachricht oder eine E-Mail per info at ars24.com. Wir sind jetzt auch auf Instagram, schaut doch da mal vorbei, wer Lust hat uns zu folgen ist herzlich eingeladen. Danke fürs Zuschauen, euer Olli von ars24.com. Vielen Dank.